Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Mit 1 Euro Häusern gegen die Landflucht, eine Initiative zur Belebung ländlicher Gemeinden. Anita Farke, 31.2024, eine Initiative zur Belebung ländlicher Gemeinden. Eine auffallende Entwicklung bedroht seit einigen Jahrzehnten unsere ländlichen Gemeinden. Die Landflucht. Mehr Menschen ziehen in Städte und deren Metropolregionen, um dort ihr Glück zu suchen. Die Folge ist eine stetige Verödung der ländlichen Gegenden. Eine ungewöhnliche Maßnahme hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, dem entgegenzuwirken. Das 1-Euro-Haus-Programm. Was sind 1-Euro-Häuser? Die Idee ist denkbar einfach. Alte, verlassene Häuser werden von den Gemeinden für den symbolischen Preis von einem Euro veräußert. Gleichzeitig verpflichten sich die neuen Eigentümer, diese Häuser innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu renovieren und zu bewohnen. Woher stammt die Idee? Die Initiative hat ihren Ursprung in Italien, wo sie in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt wurde, um der Verödung historischer Gemeinden entgegenzuwirken. Das Modell hat sich als effektiv erwiesen und wird nun auch in Deutschland immer populärer. Wie funktioniert es genau? Interessenten können sich auf ausgeschriebene Objekte bewerben. Bei der Auswahl der neuen Eigentümer wird nicht nur der Finanzstatus berücksichtigt, sondern auch das vorgelegte Renovierungs- und Nutzungskonzept. Gewöhnlich ist die Auflage, dass die Häuser innerhalb einer bestimmten Frist renoviert und bezogen sein müssen. Welche Zielsetzungen stehen dahinter? Ziel des Programms ist es, Menschen zurück auf das Land zu locken, die Bevölkerungsdichte in den Städten zu entlasten und gleichzeitig die ländlichen Gemeinden wieder zu beleben. Es geht um den Erhalt des kulturellen Erbes, den Schutz der Natur, sowie die Förderung von nachbarschaftlicher Gemeinschaft und dem Leben im ländlichen Raum. Fazit Obwohl die Ein-Euro-Haus-Initiative sicherlich keine Allheilmittel gegen die Landflucht ist, zeigt sie doch, dass kreative Lösungen möglich sind. Sie bietet nicht nur finanzschwachen Personen und Familien die Möglichkeit, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung und Erhaltung ländlicher Gemeinden. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.